Wie erholsam das ist, wie... Ich glaube, selbst für sie jetzt auch, wenn das eine Welt ist, in der sie sich gerade echt nicht befindet, muss das echt eine Genugtuung sein, eine Erholung für die Seele gerade. Ich glaube, so viel Schönheit in dem Sinne hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Was ist Ihr Name? Was ist Ihr Name? Zenoa. Ich habe noch nie gesehen. Ich bin nicht... Ich bin nicht viel zu Hause. Oh, Zenoa's daughter. Ich muss gehen. Wait! Wer hat dich zu kämpfen? Niemand. Niemand? Niemand. Na, ich... Ich habe dich gesehen. Und... Du hast alles gelernt von mir gesehen? Du solltest dich ein Warrior sein. Ich bin? Ich bin Dillian. Ich bin hier für die Warrior trials. Komm und schau. Und bringe deine swords. Du kannst es nicht sagen. Das Moment. Wenn du siehst in die Augen derjenige derjenige, die dich zu überzeugen, machte dich zu fühlen. Es dauert nur einen Moment. Die Angst schlägt dich vor, bevor du siehst. Und die Schmerzen wird eine Teil der du bist. Es resiliency gestisiert es. Die Schmerzen wirdую auch vorigen Worte gefallen. Ich bin hier bestimmt für meine Frau. Aber ihre Welt gibt es dort directly verändert, den Tag die Stuart-Northmen angeht ihm. Ich bin hier genauer. Er Compared fragiles, dass alle gelernt haben, dass es kein到底 verändert wie die Punkte funktiv长 war. Wie es wirklich funktioniert was. Er hat nichts an, dass es noch nicht zu reden gibt. Bleib Beiralzen. Der wird noch nicht richtig. Ihr Gottes sehen können in deine Anschau. Sie werden diesen Winter nutzen. Sie müssen mich überpte. Ich kann ihn trotzdem fühlen. Alles, was er von ihm ist, wird er niemals verletzt. Ich werde ihn nicht verletzt, hier! Du bist derjenige, hier! Bleib mir allein! Du wirst hier sterben! Nein! Und all dein Herz wird für nichts sein! Shut up! Dillian? Dillian? Ist das du? Ich werde dich finden, mein Lieber. Ich versuche. Dillian? 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 mysteriös oder kann ich das irgendwas kann ich damit irgendwas machen irgendwie interagieren ist das auch ein krass? nein in die Grave-Mound. Hidden in die Strahl ist Sigmund's sword, die Gift von Odin. Sie schlagen ihren Weg aus der Grave-Mound und setzen fire in Siggeir's Hall. Der König zerstört. Sigmund schlägt seine Freundin, damit sie leben und sein Ehre. Sie kommt, aber nur um ihm die Wahrheit zu erzählen. Sie hat sie mit ihm, ihren Bruder, um zu vergeten einen starken Avenger. Ich bin nicht fit zu leben, sie sagt, und sie geht zurück in die Feuer. Sie schlägt die Vengeance von deinem Herz, Senua, denn es gibt immer einen schweren Preis zu bezahlen. Und hier ist der Ende der Sigmunds Geschichte. Er war ein und großartiger und großartiger Krieger. Aber ein Tag, ein altes Mann kam auf die battlefield. Although, schlägt mit einer Hütte, Sigmund sah dass er nur eine Eye hat. Der Mann hat seine Speer und Sigmund schlägt es mit der Sorge, aber der Sorge schlägt es. Sigmund dann wusste, dass das Odin war. und so dass die victory nicht sein war. Er bowelt seine Kopf und erinnert seine Ende. Er ist sterben, er sagt, seine Frau. Es ist eine Schöne für dich. Er hat eine für dich. Er hat er 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 Es ist ein Schuss. Es ist ein Schuss. Es kommt von dort. Und wo? Was sind sie? Wo ist es? Sie hat etwas angefangen. Was ist passiert? Senua, imagine! Eine Schmuck, die kann die Gäste schlagen! Es ist ein Schmuck? Sein Name ist Gramr. Es wurde von der Gäste von All-Northmen, Odin, und gebeten für Sigmund, ein großer Schmuck. Ich brauche diese Schmuck. Es ist wichtig. Kannst du mich helfen? Die Schmuck erscheint, aber es ist eine Illusion. Es hat lange in die Schmuck. Es ist gesagt, ein großer Schmuck kann die Schmuck wiederentwickeln von den Schmuck. Entwenderrede, Odin, eine für alle Schmuck. Die Hutten der Schmuck der Tod werden Sie sich auf neue Wege beitern, wo Sie die Schmuck durchführen, wo Sie Sie malrum finden. Gehe zu den Schmuck. Gehe zu den Schmuck. Gehe zu den Schmuck. Gehe zu den Schmuck. Where ist die Schmuck? Findt ihn. Die Metallbundetilen. Sie riechen hier. All right. Die Metallbundetilen. Wo ist es? Findt ihn. Es ist! Focus! A king in the north forced the dwarfs to make a sword that would never fail and never rust and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarfs cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. I can feel the dirt in the earth. You can feel the dirt. Why would Dillian do this? Turn back. Why would he bring her home? It's not safe here. Why would he do something so dangerous? The thing is, I should now this metal spitter want. So how I understand that. How do I do I have to do something? Why would he do something so dangerous? I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. You didn't get it. Do you hear Irm? Who's there? Wow. Dillion, I'm here! I'm here for the trials, like when we first met, remember? Kann ich das anzünden? Oh, na schön. Was ist falsch? Was ist passiert? Kannst du mich hören? Warte da, ich will dich finden. Was ist passiert mit ihm? Hm? Ja, da ist kein... Was ist passiert mit ihm? Ja, da ist es. Ich muss mich durch... Musik Musik Um gut zu haben... Musik 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 Ach so. Kann ich nicht raus? Hä? What? Mhm, 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 mhm. Das ist irgendwas zu bedeuten. Das ist der Baum mit dem Schwert wieder. Ding. Aber hier war da jetzt auch nichts. Oder? Nee, hier ging's rein. Im Endeffekt geht's hier jetzt wieder raus. Oder auch nicht. Hier ist sogar ein Gang. Oh, was das? Ah! Did you hear that? Nothing. Was da voices? Is that his voice or the voices are dead? Not Dillion. Dillion's calling to you. Can you hear him? Where is he? He sounds like he's getting further away. Ah! Have you lost him? Du gehst die falsche Richtung. Hast du ihn verloren? Wo bist du? Senua. Du erzählst mir eine Geschichte, die die Norden erzählen über eine junge Frau. Ihr Name ist Hervor. Die Frau von ein Berserker. Sie ist eine wilde, willvolle Kind. Sie hat sich selbst zu kämpfen. Als sie lernt, wo ihr Vater ist, ihr einzigartig ist, ihr einzigartig ist, mit ihm, aber vor allem, die Schmerz, Tierving. Don't touch the walls. You don't know what they might do. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. It's too scary. Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find it. 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 The flames I passed through were real enough down the Northmen to hell. You don't recognize it. Don't doubt yourself, you'll never find it. She doesn't recognize it. Yes, you do, you know what. She doesn't. Listen for his voice, listen, Dillian. Listen for his voice, Dillian. Where are you? Warte mal, warte mal, warte mal. Also da wollte ich mich anscheinend irgendwie nur im Kreis begeben. Genauso wie da. Ich hatte ja jetzt... Warte mal. Den Weg hier? Aber ich konnte ja hier zwei Wege einschlagen. Ähm... Okay, konnte ich nicht. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe. Das ist jetzt aber ein anderes Schild. Hä? What? Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Warte mal. Es sieht im Endeffekt genauso aus, als es nur ein anderes Schild. Ach, du Schäubleister. Ich geh einfach hier lang, wo es noch nicht brennt. Ich geh einfach hier lang, wo es noch nicht brennt. Ich bin echt帅 efendim. Ja. Ich folge einfach mal den wegen, die noch nicht unterscheiden. Warte mal. Ist das jetzt nicht wieder der Anfang? Uff. Uff. Oh, 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 oh! Mm-hmm. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ey, gar nicht lustig. Warte mal, muss ich denn jetzt doch hier lang? Aber bin ich da nicht wieder am Anfang? Oder? Ich weiß es nicht. Hat gar keine Ahnung. Dann lauft er nicht weiter. Ach, du Scheibenkleister. In welches Verderben gehen wir gerade, bitte? Ja. Der Torch. Das ist es. Schau den Torch. Ich helfe dich. Ich helfe dich. Ich helfe dich. Ich glaube wir müssen... Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Wir sind da... Ja, seid euch mal bitte einig, dass ihr mir helfen müsst. Ich geh mal davon aus, wir müssen dann jetzt hier lang? Aber das ist ja Blödsinn. Also da kommen wir ja gar nicht... Jetzt sind wir ja wieder hier. Jetzt kommen wir gleich wieder an dem Gitter vorbei, wo wir ja reinkommen würden. Also wenn wir weitergelaufen wären. Und dann... ... ... ... ... ...